Sie wissen, dass wir diesmal gewinnen würden. Aber der Krieg hat uns nie etwas, außer Müll. Es ist Zeit, um sich auf die Reinhardt zu befinden. Ähm... Ach, die Chuchanka-Proganerin. Zurück auf Sarkash sieht es aus, als ob die Frau Krogan sich selbst behalten könnte. Unsere Frauen sind nicht für Geheimnis. Für Frauen ist es ein guter Show von Kraft. Aber Frauen mögen, darüber zu sprechen. Dann denken wir es. Dann sprechen wir es ein bisschen mehr. Frauen haben gute Ideen, Rex. Du solltest hören. Ja, aber sie haben so viele von ihnen. Also, manchmal versuche ich zu hören, und... Ach so, sagen wir, dass Krogan Females auch haben. Das ist es für jetzt, Rex. Wir gehen nach Arbeit. Anytime. Und, Shepard? Ich mag das, was du gemacht hast in Normandie. Ich bin schon immer wieder in der Cargobay vorgehalten. Ich habe noch keine Tür, wie Liara macht, aber... Es ist Prozess. Ich wünsche, dass ich ein paar Hände mit dir mit dir knacken könnte, aber... ...Duty kenne. Wenn der Salarian sagt, dass mein DNA wichtig ist, wer bin ich, zu antworten? Obwohl, doch scheint sie wieder gefangen zu haben. Du denkst, dass die Salarianen eine Basis auf ihrer Hauswelt besser beschädigt hätten? Nein, sie waren solid. Cerberus hat Reapertech. Im Vergleich zu diesen Upgrade, die Salarianen müssten wohl auch Röcke geben. Kommanderer, wir haben neue Berichte von Cerberus-Aktivität auf Tachanka. Ich habe es auf der Galaxie-Mapie gemerkt. Okay, was haben wir hier? Hab ich... Ich war doch schon bei Kai dann, oder nicht? Ah, das ist ein Obtis. Sie hat anscheinend selbst noch begangen, nachdem sie wegen des Maus am Ehren Asabi-Militärs festgenommen worden war. Naja. Vielleicht hätte ich sie im SF2 nicht entkommen lassen sollen. Was sagt den Joker dazu, dass Rex jetzt wieder da ist? Was sagt den Joker dazu, dass Rex jetzt wieder da ist? Ja, das ist es. Hey, ich weiß, ich habe zu ragen Geras für all die Angst, aber ich bin glücklich, er ist zurück. Es ist gut, dass du hier kam. Ich habe Fragen über die Genophage. Du und alle anderen. Was musst du, Edi? Eine Krogan-Femalte von Breeding-Age kann produzieren Clutches von 1,000 Fertilized-Eggen über ein Jahr. Es gibt über 1 Billion Femalte von Tachanka. Wenn sogar 1% werden vollständig Fertil, können sie 10 Billion Fertil zerstören. Auf der Erde, Bugs haben viele junge, auch. Die meisten sterben. Die Krogan-Femalte würde natürlich hoch sein. Aber der Staat hat einen Interesse in keeping die Kinder alive, für die Kriegung. Any other cheerful thoughts? Logistik. Auch wenn sie mit uns zusammenhängen, transportieren die Krogan zu den Ballen-Felden könnte es schwierig sein. Sie wurden demilitarisiert. Das heißt, sie haben keine Kriegs-Warschips. Was sagen Sie? Sie brauchen Turien- und Silvian-Femalte für Sie her unterkunft. Mit Ihren Geiszeichen, ich werde die Möglichkeit stellen-Arzentale an diese Krogan-Femalte für die Benutzung. Es sollte sie in den Zerstören machen. Was noch mehr? Food. Sie werden keinen Angst mehr essen auf Palavin. Sie müssen die eigene auch auf den Nutzern in ihren국en. Das wird weiteres gefähraron. Die Krogan-Femalte können auch for wallen-Femalte. Seitdem Krogan-Femalte mit anderen in allen大 Identen-Femalte in den Zerstören. Alles klar. Interessant zu wissen. Mich interessiert jetzt aber gerade, ob Yara wirklich etwas für mich hat. Alles klar, was haben wir hier? Vielen Dank. Aha, Saberous Argentin. Kasumi, ah, wieso ist die nicht mehr an Bord? Das wäre auch cool gewesen. Ich war nicht die ganze Sache mit Kaidan deswegen, weil er dieses veraltete Implantat hatte, das L2 und das... Man kann es ja austauschen, aber es ist doch so ein mega invasiver Eingriff, wo mega viel schiefgehen kann und irgendwie... Das ignorieren sie so ein bisschen. Aber warte, hier, dafür war ich ja eigentlich hier. Kräfte, Abklingensheimbrot und Ladenrabad. Ich glaube, das ist auf lange Sicht besser. Bei 5% Kraft, Wiederaufladung, das ist nix. Okay, also du musst nicht mehr mit mir reden. Pass auf, wir haben ja jetzt wieder einige Nebenmissionen, aber ich würde sagen, wir gehen vor zu Citadel oder danach? Erstmal holen wir uns die Kundschafter. Moment, können wir hier was finden? So, und hier? Hier ist nicht wirklich was. Das ist okay. Fitness. Ja, man kann auch mal ein paar Punkte in Stasa haben. Das ist, was ich, nicht mehr. Also, wir haben ja schon ein paar Punkte, die die Zwerger gemacht haben. Sprecher, wir haben ja schon mal die Zwerger gemacht. Die Zwerger ist, wenn wir auf den Zwerger gemacht haben. Arlak-Fahrzeug, Grogan Commandos. Das ist richtig, Shephard. Sie sind ein gewissermaßen. Sie sind eine gewissemachtige Drogen, die die Zwerger gemacht haben, hat sie bekannt. Schön zu hören. Außer dem das, es gibt keine Rede von Krogan-Krogan-Krogan, seitdem sie durch den Rachni-Relay haben. Ich mag das Geräusch nicht. Die Krogan-Krogan wären bereit für Krieg. Wir wissen nicht viel, aber keine Rachni-Aktivität hat sich verabschiedet. Das macht nicht Sinn. Wir lassen die Rachni-Krogan-Krogan live auf dem Fall, dass sie immer wieder wegschrauben. Sie würden nicht alles riskieren, um ein Krieg zu beginnen. Nur bereit sein, was sie. Ja, die Krogan-Krogan-Krogan-Krogan hat. Du solltest auf den Weg gehen, Team 2. Wenn du was, lass mich wissen. Grunt? Shepard? Ha! Shepard! Ha! 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 Was machst du hier? Ich kann dir das gleiche Frage stellen. Die Idioten haben dich nicht? Sie haben. Sie haben mich in Lockdown, um die Patarien zu halten. Sie haben keine Probleme mit dem Krogan-Krogan, während sie für Krieg sind. Aber die Situation verändert. Ja. Sie haben größere Probleme, okay. Das ist, warum ich hier durch die Arlak-Krogan-Krogan. Sie sind schwer. Ich denke, sie sind Invincible. Recklos, aber effektiv. Das klingt gut, Grunt. Wie gingst du von neuem und unbequemem zu deinem Kommand? Ha! Es war nicht einfach. Wenn Rex mit Arlak-Krogan zusammengebracht hat, er braucht einen Leiter, der die Zukunft der Zukunft unserer Spezies. Dank an dich, Sie sind. Ich habe das Recht auf Tachanka gemacht. Und wurde Teil des Clan Erdnott. Ich war ein Gleichgewicht. Und als ich das stärker ist, habe ich gewählt, diese Ehreinheit zu führen. Ich glaube, es ist nicht so, einige scheint nicht zu wissen, ein Tank-Bred Kruggen zu sein. Ich habe es gemacht, einige Fächer zu bekommen, in diese Krügerin zugehört. Das sind Kruggen schre載 mich. Du hast ein ZD in die Mund, Grunt. Aber wenn du Kruggen oder sohnst. Du bist, wir machen sich hierher. Schön, du bist hier, aber nicht, dass du das hier k automatsche bist. Es ist schwer, es wäre ein Rachn. Es scheint Micke, das Rachn. Aber das Rachn. Das ist nicht möglich. Wir wissen nicht, ob die Rachne hat nichts mit dem tun. Wir sind hier für die Scouts zu finden. Ich habe keine Szenen von Aktivität während unserer Beobachtung gesehen. Verstanden. Aber dieses Ort riecht falsch. Wie eine schlechte Schmerz. Unsere Beobachtungen zeigen, die Tunnels dort zu führen, zu einem großen Centralpunkt. Wenn wir glücklich sind, ist es ein Nest. Das klingt gut. Just wie die alten Zeiten, Grunt. He 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 he. Arlok-Kompany! Geh raus! Bebe, was du brauchst, Shepard. Bebe mich vor dem Scout Camp. Das klingt gut. Geh, was du brauchst und geh raus. Iman war ja nicht dabei. Die Claymore. Oh, das Ding ist, das Ding ist super. Der kleine Kerl. Also Gareth. Ich weiß nicht, dass Grunt und Grunt so viel zusammen gemacht haben in der Zeit. Ich finde, die zwei haben im Endeffekt zwei sehr wenig miteinander interagiert. Bereit zu gehen? Was hast du gemacht, nachdem die Kollektoren getötet wurden? Ich habe die ganze Zeit zurückgebracht, auf Tachanka gelernt, was es sein ist, um Krogan zu sein. In der Krogan, in der Krogan, in der ich gegründet habe, die Übersetzung waren, wie die Begründung mit der Prächtung. Sie hatten keine Bedeutung, keine Impact. Ich brauchte das Blut und der Schmerz. Ich habe Fehler gemacht, aber ich habe gelernt. Okay, gehen wir weiter. Endlich! Nach dir, Shepard. Okay. Jeder ist gut? Shepard! Du bist in einer Schmerz? Sieht, dass wir alle gut sind. Wir halten die Radeo. Auf der Weg! Das wäre so lame gewesen, wenn Shepard deswegen gestorben wäre. Einfach nur, weil so ein Gebäude einstürzt. Was ist das? Ich sehe es. Grunt. Ich habe hier ein Körper eines Scouten. Ich bin ein paar Tage tot. Ja. Wenn er diese Rade hat, bekommst du es nicht mehr. Ist das eine Radeo? Sieht so aus. Ich habe hier kein gutes Gefühl. Ich habe hier kein gutes Gefühl. Diese Schmerz wird es ein bisschen schwieriger machen, Shepard. Entstanden. Jeder ist bereit. Bewegung. Hat jemand das? Ich habe es gesehen. Was sind diese? Ich weiß nicht. Nein. Hier ist nichts. Wichtig. Wichtig. Na, das könnte auch Rachni-Technologie sein. also keine voreiligen Schlüsse. Erstmal das Ding. Ernsthaft, Bera? Eins ist klar, das Ding muss weg. Ich glaube, das hier ist... Das hier ist sogar effektiver. Scheiß mal auf den Flammenwerfer. Also sind die Reapern wirklich verwickelt? Wir blocken, Shepard. Copy that. Wie sind wir bei diesem? Shepard! Ach ja... Ich weiß, was passiert mit dem Scouts. Also, ich brauche keine Hilfe. Ich finde, wie gesagt, sogar die Inflammeerfahrt ziemlich ineffektiv. Ach doch, hier geht's weiter. Aber es führt uns nirgendwo hin. Aber hätte ja sein können, dass da irgendwas rumliegt, was man brauchen kann. Überall diese Netze und nichts dahinter. So, wir müssen Munition sparen. Hey, Charge. Wer ist da schon wieder? Gottverdammt, Biara. Gottverdammt, Biara.